Leute, herzlich willkommen zum neuen Vlog auf meinem Kanal. Auch dieses Jahr stand wieder der Geburtstag vom Danger Dian und ja, ich bin natürlich wieder hingegangen. Dieses Jahr war ich Fahrer, das heißt es ist nicht so wie im letzten Vlog ein wenig eskaliert, sondern sehr, sehr ruhig angegangen alles und ja, wir hatten einen schönen Abend, sind dann irgendwann nach Hause. Ich habe jetzt kein Laberpart dort aufgenommen, einfach nur ein paar Schnittbilder eingefangen und die wollte ich euch ein bisschen präsentieren. Okay, puha! Ja, alles Alex ist mein Name, klick auf YouTube bitte, gib mir gute Kommentare. Willi gerade, haji gönne bale, harmoni gönne bale, gönne bale, das ist das Intro, fickt er mutter Petro.